Im Westen nichts Neues, von wegen. Ich habe ein Paket von meinem Diplom-Bier-Sommelier-Kollegen Dominik bekommen. Da ist unter anderem dieses Bier hier drin. Was das genau ist, wir klären das in sechs Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und hoffentlich heute Lust auf ein richtig gutes Helles habt. Zumindest vermute ich das, denn das heutige Bier habe ich mir nicht selber gekauft, sondern das hat mir ein Bier-Sommelier-Kollege geschickt, genauer gesagt der Dominik aus Vorarlberg. Und es ist auch ein Vorarlberger Bier. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er mich da nicht aufs Glatteis führen will, sondern mir da mal ein richtig schönes Leckerchen reingesteckt hat. Und zwar kommt das von der Brauerei Fraschdanz und isst das helle. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen und guter Grund, es heute mal auf den Kanal zu bringen. Es kommt mit zärtlichen 4,3 Volumenprozent auf den Kanal. Das finde ich für ein helles dann schon mal eher auf der unteren Seite angesiedelt. 10,2 Grad Plato sind dann auch die Folge. Das ist alles ein bisschen gemäßigter und ist nach eigenem Bekunden auch das schlankste Bier der Brauerei. Also geht ja auch schon hier in den Schankbierbereich und ist selber von den Fraschdanzern so als zwischendurch Bier konzipiert worden. Also muss man jetzt einfach auch schauen, was da reingekommen ist. Es handelt Gerstenmalz und das ist dann auch schon, das finde ich immer spannend, wenn nur Gerstenmalz draufsteht. Weil es ist ja sicher auch Hopfen drin, steht hier auch im Verhältnis von Hopfen und Malz, aber es steht nur Gerstenmalz auf der Zutatenliste. Das ist sehr spannend. Na gut, werfen wir noch einen Blick hier auf den Kronkorken und dann würde ich sagen, machen wir uns diesem Bier mal an den Kragen oder gehen wir den Bier an den Kragen. Und ich würde mal sagen, bei den technischen Daten, die wir jetzt gerade gehört haben, ist es vermutlich auch von der Farbe her schon ein bisschen absehbar. Na, eine klarere, hellgoldene Farbe. Ist sogar dunkler, als ich es jetzt erwartet hätte, ehrlich gesagt. Wir haben einen anderthalb Fingerbreiten, weißen, mittelporigen Schaum hier oben. Na, der war nur am Glas. Sonst, Kohlensäure wenig zu sehen im Glas, in der Nase. Also es ist jetzt nicht so sehr intensiv. Es hat so schöne, helle Malznoten, ein bisschen getreidig. Das ist fast noch das Vordergründigste. Und so ein leichter, kräuteriger Hopfen. Na, schauen wir mal, wie es im Geschmack ist. Setze wohl, cheers. Also, erstmal fällt auf. Es ist natürlich leicht. Es kommt leicht, frisch, kommt es an den Start. Es ist auch dieses helle Malz mit da, alles, was wir in der Nase gehabt haben. Aber, so auf den ersten Schluck würde ich jetzt sagen, also die 4,3 Volumsprozent schmeckt man ihm jetzt nicht an. Ganz im Gegenteil. Also es schmeckt eigentlich so wie ein klassisches, helles. Ist jetzt nicht super aromatisch. Es hat einen, ja, leicht kräuterigen Hopfen dabei. Aber insgesamt ist das jetzt kein super aromatisches Bier, sondern es ist einfach eine grundsolide Brauware. Und, ja, hat eine schöne, dezente Herbe, die wahrscheinlich auch viel an so diesem ersten Eindruck ausmacht, dass das eben schon durchaus ein komplexeres Bier ist. Und kommt jetzt auch nicht so arg bitter daher. Würde man sagen, so Mitte 20 von den Bittereinheiten. Leichte, weißbrotige Noten. Insgesamt aber auch eher auf der trockenen Seite zu Hause. Das passt ja auch bei diesem Körper. Und der ist folgerichtig dann auch im schlanken Bereich angesiedelt. Kohlensäure, ein Ticken intensiver. Auch das, glaube ich, für die Erfrischung perfekt. Und von der Textur her, ja, das ist glatt und süffig. Das ist einfach ein, ja, zwischendurch Bier. Das fällt nicht weiter auf. Und das tut es dann am Ende des Tages auch nicht. Aber es fällt auch nicht negativ auf. Und das, finde ich, schon fast wieder das, Achtung, Positive. Die Herbe wird hinten raus immer präsenter. Es kumuliert sich wieder so ein bisschen im Mund. Getreidig und, ja, eine dezente Bittere stellt sich ein. Ja, ich muss sagen, für die Bezeichnung Helles, ist die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen eine andere. Aber für das, was es ist, also für ein Schankbier, ist es dann wieder erstaunlich gut. Also insofern bin ich da jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesen beiden Welten. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz okay. Und deshalb gibt es für das Helle aus der Frastronzer Brauerei von ProbiertTV drei. Von fünf möglichen Punkten für das Helle aus Vorarlberg. Und da an der Stelle nochmal Danke an den Dominik, der mir dieses Bier zur Verfügung gestellt hat. Ich finde, es ist ein richtig schönes Zwischendurch-Bier. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Der beste Weg ist, ein Abo zu lösen. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus. Prost und Ahoi. Cheers.